Du hast an meinem Tisch in meiner Wohnung gegessen, während du mit meinem Ex geschlafen hast. Du bist diejenige, die alle beschimpft und sogar angreift. Sei froh, dass nicht alles ausgestrahlt wurde. Boah, das ist aber auch krass. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Instagram-Statement-Reaction. Hier auf diesem Kanal und heute natürlich wieder zu The50. Also ich meine, andere Shows haben wir auch nicht, momentan zumindest, in denen so viel passiert wie dort. Und ich kann euch schon mal sagen, heute wird's richtig wild. Also was ich da gesehen habe, was hier für Chat-Verläufe und so gepostet werden. Und vor allem, worum es in diesen Chat-Verläufen geht. Das ist schon eine wilde Hausnummer. Das ist schon eine wilde Hausnummer. Habe ich mir natürlich auch gedacht, Vanessa hatten wir ja schon lange nicht mehr auf dem Kanal hier dabei. Also um genau zu sein, seid The Real Life nicht mehr. Ja, und deswegen passt das Ganze heute ganz gut. Es werden auch noch mehr Videos zu The50 kommen. Es sind auch schon ein paar online. Kann ich euch da mal einblenden hier. Ansonsten, also es geht hier übrigens um, muss ich natürlich mal noch dazu erwähnen, es geht hier um Vanessa und Christina. Du gehst mir aus dem Weg. Ansonsten gerne natürlich noch ein Abo dalassen. Und damit let's go. Die erste Story. Leute, ich bin so geschockt von den neuen Folgen The50. Ihr wisst, dass ich immer versuche, Streit aus dem Weg zu gehen. Aber irgendwann reicht es auch mir mal. Ich habe wirklich keine Worte mehr für diese Frau und so ein Verhalten. Ich wünsche keinem Menschen etwas Schlechtes, da ich immer an Karma denke. Mal aufzuwachen und sich selbst zu reflektieren, anstatt alle Menschen aufs Übelste zu beschimpfen und anzugreifen, wäre ein Anfang. Ich will mit dieser Person nichts zu tun haben. Mir die ganze Show ins Gesicht zu lachen und hinter dem Rücken immer nur schlecht zu reden und ganz vieles mehr. Wahnsinn, da fehlen mir die Worte. Da fehlen einem auch ein bisschen die Worte. Ich würde sagen, da wurde schon mal die Neugier geweckt. Ja, hier natürlich das Wichtigste. Was denkt ihr darüber? Wie seht ihr das? Also das könnt ihr dann natürlich später auch kommentieren. Natürlich auch sowieso, Freunde, darf man nicht vergessen, die Leute da draußen quasi das Gericht hierbei. Ja, die entscheiden dann über richtig und falsch. Ja, da haben wir hier so ein paar Reaktionen dazu. Das könnt ihr euch ja mal selbst durchlesen, wenn ihr das durchlesen wollt. Einfach auf Pause drücken. Christina gehört in ein Bootcamp. Also man muss tatsächlich dazu sagen, zumindest bei den Antworten, die sie jetzt gepostet hat. Ich habe jetzt nicht alle ganz durchgelesen, aber ich habe jetzt auch nichts Positives zu Christina gelesen. Also die Masse scheint hier einer eindeutigen Meinung zu folgen. Also ich muss es jetzt leider löschen, weil sich das Management von ihr gemeldet hat. Ist wohl doch eine sehr unangenehme Situation, wenn vieles rauskommt. Meine Worte darf ich aber posten. Also here we go. Dann kommen wir jetzt zum ersten Chatverlauf. Und zwar, ja, das ist jetzt natürlich das Ding. Da sehen wir jetzt natürlich hier nicht die Nachricht von Christina. Aber wisst ihr was, Freunde? Tatsächlich kann ich ja auch zaubern. Nee, ich weiß nicht, was ich davon zeigen darf oder nicht. Deswegen gucken wir einfach auch das von Vanessa an, ohne irgendwelche andere Nachrichten. Aber gut, wir halten mal fest. Vanessa ist die Schlimmste von allen. Stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, warum. Aber gut. Ich, Christina, du leidest leider komplett an einem Realitätsverlust. Was dir passiert ist mit Untreue etc. Ist mir auch passiert. Und trotzdem bin ich nicht so ein Mensch wie du. Im Gegenteil. Ich war immer nett zu dir. Du hast an meinem Tisch in meiner Wohnung gegessen, während du mit meinem Ex geschlafen hast. Geschlafen auch übrigens natürlich schlimmes Wort. Ja, also da sollte ich auch lieber rauspiepen hier, glaube ich. Du redest von loyal, sorry, aber du kennst dieses Wort anscheinend nicht. Ja, muss man natürlich dazu sagen, tatsächlich redet Christina ständig von Loyalität. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch Reality-Backpackers angeschaut habt, aber das war ja das Format, in dem sie jetzt vor The 50 dabei war. Habe ich ja auch drauf reagiert. Ja, ihr könnt eigentlich, also erste Reaction dazu, da ging es auch schon um Loyalität. Sorry, aber du kennst dieses Wort anscheinend nicht. Ist mir auch völlig egal. Aber sich dann als arme Frau darzustellen, das ist ein Widerspruch. Ja, das ist natürlich eine interessante Nachricht, sage ich mal. Mir fällt gerade auf, dass mit der Trennung von Vanessa und Yogo, das hatten wir sogar mal in den ersten Folgen der Real Life dabei, mit Ex wird hier bestimmt Yogo gemeint sein. Bedeutet also, Christina hatte scheinbar was mit Yogo. Hauptsache mit den Männern immer cool sein, dafür würdest du alles tun. Du hast mit jeder Frau, die hübsch ist, ein Problem. Das ist ein Fakt. Ja, seht ihr nur leicht abgeschnitten unten, aber ich glaube, man erkennt trotzdem alles. Du bist diejenige, die alle beschimpft und sogar angreift. Sei froh, dass nicht alles ausgestrahlt wurde. Boah, das ist aber auch krass. Das ist jetzt natürlich die Frage, was wurde denn da nicht ausgestrahlt? Hat man das vielleicht irgendwo anders erfahren? Also auch das könnt ihr natürlich gerne mal kommentieren. Du sagtest, letztes Jahr bei einem Dreh zu mir, komm erst mal auf mein Level. So bekannt, wie du ja bist. Aber ich möchte da gar nicht hin. Ich möchte nicht bekannt werden als diejenige, die immer nur schreit und aggressiv ist. Kann man nachvollziehen, oder? Würde ich jetzt auch nicht unbedingt sein wollen. Darauf verzichte ich. Den Titel kannst du gerne haben. Das war auch mein Gefühl, was ich so durch Reality Backpackers auch hatte. Dass Christina irgendwie mittlerweile, also bei Temptation war natürlich das Ding. Klar ist sie da auch schon dadurch aufgefallen. Aber ich glaube, da hat immer das Mitleid für sie irgendwie überwogen. Sagt man das so? Überwogen? Und dann bei Reality Backpackers habe ich es aber auch nochmal viel extremer irgendwie wahrgenommen. Und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile einfach wirklich das Bild, was alle von ihr haben. Dann kam hier eine Antwort von Christina. Muss ich mal kurz selbst lesen? Okay. Eher so eine trotzige Antwort, sage ich mal. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du mal aufwachst und dich selbst siehst und vor lauter Schreck dein Verhalten änderst. Ja, das ist ja auch was, was ich immer meine. Wenn die Leute das mal selbst sehen, müssen die eigentlich checken so, ja, okay, da ist vielleicht ein bisschen drüber. Ja, aber ich glaube, dass, also manche werden, bei manchen wird das wahrscheinlich auch der Fall sein. Ich denke bei einigen aber auch nicht. Aber das frage ich mich ja auch immer. Was denken die sich eigentlich dabei, wenn die das selbst anschauen? Ja, das Ganze soll der Antwort von Christina nach Vanessa vielleicht auch mal tun. Ich überlege gerade nur, ist Vanessa eigentlich schon mal in irgendeiner Show mal so, also ausgerastet? Da würde mir jetzt nichts einfallen. Aber gut. Danke für alle eure lieben Nachrichten. Mein Postfach explodiert komplett. Ihr seid der Wahnsinn. Wollte einfach mal klarstellen, wie unloyal und falsch manche Menschen sind und immer einen auf die Heilige. Und ach, mir ist ja so viel passiert machen. Ja, mir ist, wie ihr seht, auch viel passiert, was bislang nicht alles an die Öffentlichkeit geraden ist. Und ich habe es immer alleine weggesteckt und nicht die Mitleidsnummer abgezogen. Ja, weggesteckt auch ein passendes Wort auf jeden Fall dabei. Und nicht die Mitleidsnummer abgezogen. Das brauche ich nicht. Bin einfach ein Fan von Ehrlichkeit. Heute habe ich euch mal einen Punkt erzählt. Hab endlich das angesprochen, was sich so viele denken, aber keiner gesagt hat. Okay. Hier übrigens noch die Story, die Christina drin hatte. Also die war scheinbar der Zeit oben nach schon vor den von Vanessa Online. Verwechsel meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten. Mein Charakter bin ich. Mein Verhalten hängt von dir ab. Verwechsel meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten. Mein Charakter bin ich. Das Verhalten bin ich auch nicht selbst. Stimmt. Sie provozieren dich, bis sie deine hässliche Seite zum Vorschein bringen. Und dann spielen sie das Opfer. Ja, also da muss ich aber sagen dazu, also von dem, was ich von der Folge gesehen habe und generell auch in anderen Formaten. Also da könnte man jetzt nicht sagen, ja, Christina wurde einfach so lange provoziert, bis sie irgendwann geplatzt ist. Sondern eigentlich wurde die gar nicht provoziert. Beziehungsweise auf jeden Fall nicht so, als dass das irgendwie gerechtfertigt wäre oder man das nachvollziehen könnte. Also wie ich ja meinte bei Temptation, glaube ich, konnten das einige noch so ein bisschen verstehen, dass es ihr halt damit nicht gut geht. Aber ja, da gab es auch noch ganz viele andere Momente auch. Und deswegen, also finde ich irgendwie eine komische Story. Ganz komisch. Finde ich übrigens immer interessant, wer solche Storys dann repostet. Also welche Leute, sage ich mal, das supporten. Oder sagen wir mal Leute, die sich damit identifizieren können. Ich muss mich jetzt nicht unbedingt mit reinnehmen. Ist eigentlich auch nicht so wichtig. Das war es auf jeden Fall hier mit den Storys von Vanessa. Paulina hat, glaube ich, auch noch was Interessantes drin. Da schaue ich auch gleich mal vorbei. Also kommt dann wahrscheinlich morgen online, denke ich mal. Ansonsten bin ich mal gespannt, was ihr dazu kommentiert. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne natürlich ein Like und ein Abo dalassen. Und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.